Wie ist denn das mit den Weiberleuten? Sind die da oder was? Na ja, Gina und Wild. Weil die müssen kommen, die Chicans. Das geht nämlich so vor nicht. Weißt du? Na? Dann sagen wir den Kollegen, wir holen den halt ab. Da gibt es Stress. So. Und die zehn Fische müssen nur noch mit. Geht das klar? Ja, ja, das geht klar. Ob das klar geht? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, dann sag doch. Ja, okay. Wo bist denn du gerade? Ich tricke meine Runden, mache die Kontrolle. Ach so, ich stehe bei Los Santos Customs. Da kannst du doch mal vorbeikommen. Da bin ich ziemlich in der Nähe, ja. Da könnte ich mal rumkommen, ja. Ich muss noch kurz was abchecken. Ob die ihre Arbeit machen und dann bin ich da. Klar? Ja, alles klar. Ja, und das geht ja wirklich klar, ne? Ja, ja, die sind alle da, wenn's... Was kapiert, ne? Ja. 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 Okay, dann bis gleich. Ja. Alter. Na Morse, wie sieht's aus? Ja. Ja. Schlecht. Die machen alle was wollen. Ich hab grad den Kollegen losgeschickt, die kümmern sich drum. Mhm, mhm. Ja, da müsste... Mit da nicht... Darf... Das... Ja, das geht gar nicht. Da musst du dabei sein. Ja. Wenn du da nicht dabei bist und das kontrollierst, da... Da ist alles in der Höhe, man. Da kannst du alles vergessen. Ja, das verstehe ich. Ja. Ja, Morse, du bist ja immer nur am, äh... Geschäfte machen und am Hasseln, ne? Ja, das sollte man. Wie wär's denn, wenn du mal dein, dein... Dein Geländefahrzeug aus der Garage holst und wir machen mal eine kleine Spritztour? Das wäre mal eine Abwechslung aufs Land, ne? Ja, ja. Ich hab mir da schon ein bisschen... Das wär doch mal... Ich hab mir da schon was ausgedacht. Hm? Ja, das ist mal weg von den ganzen Trubel. Von den ganzen Geschäften. Ja. Ja. Ich ruf noch ein paar Leute an und dann kannst du losgehen. Du kannst mir zu meiner Garage holen. Alles klar. Ja. Ja, das ist ja... John Ray ist das. Ja, hat ja nicht alle Locken am Zerwin. Okay, ich fahr da unauffällig hinterher. Ja. Aber nicht so schnell. Denk da, meine Gurke ist nicht die neueste. Ja. Ich hab bloß in Halbgar. Achso, gut. Ja. Und was macht die Kohle Barzell? Ja, die arbeitet. Du brauchst gar nicht mal selber arbeiten, ne? Nö, ich brauch. Ich muss nichts mehr machen. Das meint nicht was Geld für mich arbeiten. Ja. Äh, wo warten dein Ding? Hier oder weiter oben? Ja. Ja. Ich folg dir einfach. Ja. Du kennst dich ja besser aus. Oh. Aufgesessen. Ja. Huch. Ich bin auch aufgesessen. Aber ein bisschen schlimmer. Ha. Ich stehe jetzt im Rückspiegel. Ja. Okay, da wärmer also. Ich park mal hier vorne. Ja, park mal vorne. Ich komm dann mit rein. Ja. Ich komm dann mit rein. Ja. Komm schon rein. Ja. 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 Das sieht alles sehr gut aus. Das sieht nach sehr viel Geld aus, Marcel. Ja. Ja, klar. Na. Ja. Ja. So weit. Superhle Jeep. Superhle Jeep. Ja. Und das ist dein altes Stück hier. Das ist es. Das ist es ja. Das ist ja. Mit dem ich ja erzählen. Mhm. Ich hab den Motor komplett auseinandergetümmt, Kolben und Kolbenringe, alles Neue, Lockenwelle, alles Neue, Motorblock verkroben lassen, ja. Aber die einen Schusslöscher hast du noch nicht wegbekommen. Nein, ich bin nicht mehr der User. Das ist so nach und nach, so wie man Zeit hat, ne? Soll ja was Schönes werden, ne? Na? Ja. Sehr schön. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Da komm ich runter. Da sind irgendwelche Astlachs mit in der Leitung. Ja, Affen in der Leitung. Na hier hast du deinen schönen Geländewagen, ne? Ja, ich hab ja 3. Ja, 3, denn... Eigentlich... Die zwei Dicken hier. Ja, die Dicken, das ist nur... Das ist nur Poser hier, die zwei. Zwei machen wir ja auch Worten, ne? Ja, das ist eigentlich der Haupt, ja. Der Haupt. Ach, wir werden da machen. Mit dem verbringt man was, ne? Naja, Marcel, da schwing dich mal rein. Und ich warte draußen auf dich. Ja, geht so weit. Na, Pesagic. Ja, Marcel, hast du es geschafft? Ja, ich hab's geschafft, mich rumzusatteln. Ja. So, da wollen wir doch mal gucken. Warst du so ein bisschen im Plan oder was? Was? Irgendwie eine Überraschung oder... Ja, wir machen uns da oben ein paar schöne Tage. Schön Natur und das alles, ne? Ländlich mit viel Hundekacka und so. Und... Dann hab ich mich... Dann hab ich mir für uns noch eine kleine Challenge ausgedacht. Ja, warte mal kurz. Fahr mal hier rein. Oh! Aua! Du sollst nicht in hier rein fahren, sondern... Ah! Oh! Guck mal hier! Was? Da war ne heiße... Ne heiße Darme. Ach, ho! Okay, was gibt's hier? Ja, ich muss erst... Naja, ich muss erst mal gucken. Sag mal hier, ein Plan auf ein Plan. So zum Ende. Ach, ja, dort sind wir immer. Ja klar, vielleicht. Ja. Na klar. So, okay, wir können rein. Äh... Ja, ich hab mir ne kleine Challenge ausgedacht für uns. Und der wird sich dann alle mal zeigen... Der wird sich dann ein für alle mal zeigen, wer doch die Dicke der Nüsse in der Hose hat. Ja, Dicke der Nüsse. Und... Aber die Details, die erklär ich dir dann, wie wir angekommen sind. Ja, da bin ich doch... ... ganz offen für alle. Das ist gut. Ja, okay. Das wäre doch schon mal was. Die Berge hier. Ja, so ähnlich ist das dort auch. Ich hab uns ein schönes Plätzchen für uns rausgesucht. Ach so. Mhm. Das ist gut. Das ist gut. Da bin ich auch mal gespannt, was da so los ist. Ja. Ist doch mal schön aus der Stadt raus und... Äh... Ja, mal weg von den ganzen... Von den ganzen Trubel... Und... Ja... Hehehe... Ja... Ein bisschen... Abverhalten... Und durchhalten... Ja... Das ist ja rechts mit den Windrädern, sieht auch gut aus, ja? Ja... 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 Ja klar! Am besten halte ich nochmal offen rein. Aber was kannst du nicht behalten? Ich meine... Oh, Mist. Am besten hier... Was machst du denn, dümmersel? Du kannst ja... Du kannst ja nicht die Brücke runterpissen! Ohoho, wo ist er denn? Du machst Sachen. So. Da war doch gar keiner, ja. Ja gut, okay. Ich kann's nicht mehr halten, ich bin schon. Ohoho, jetzt geht das viel leichter und entfernt. Das ist ja schön. Ja Marcel, da fahren wir jetzt quasi mit den gleichen Autos rum, ne? Wenn ich mir das grad so angucken, unsere Überlegung... Du in schwarz und ich in grün. Ich bin Armee-Grün, ne? Da könnte man doch eigentlich ne Gang-Off machen. Ja. Ne Gang-Alter. Das wär doch die Idee. Ja, das sieht ja gleich so aus, ey. Ne Gang-Alter. Ja dann, da brauchst du mir ja noch... Na, den guten Naan. Da müssen wir mal versuchen, ne ich. Na. Ha ha, yeah. Die Allradler. 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 Ja. Ja. Und sonst, die Geschäfte laufen aber. Die laufen ja. Die laufen ja. Die laufen nicht. Hast keine finanziellen Probleme. Nö. Hat man ja. Nö, hab ich nicht. Jede Menge. Kohle. Äh. 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 Da läuft das. Ja, das ist ja schön. Ja, bei dir. Wie sieht's bei dir? Das macht du so, außer nichts. Ja, ich hab nicht so viel wie du, aber... Es reicht allemal zum Durchkommen. Von der Tit, du bist der größte Streicher, den es gibt. Du machst ja kein Alles. Ja, Hauptsache es gibt was. Ja, wenn's nichts gibt. Ja, es gibt immer was. Auch wenn's bloß ein Appel ist oder so. Ja, Hauptsache es gibt auch was zu essen. Ja, genau. Ja, Maros, jetzt sind wir schon quasi da. Hier in dem Ort ist unsere Unterkunft heute Abend. Ja, wie hat man sowas schon gesagt, dass hier sowas ist. Ja, ich denk mal dort vorne bei der Tankstelle könnte irgendwas sein. Ja, ne? Und... Ja, das ist der Berg. Wetterberg. Du hast doch nicht alle Lassenhandzellen, Alter. Ja. Du bist der größten Wahnsinnig. Mein Lieber, Schott. Ganz schönes Ding, ne? Ganz schön, ja. Ja. Alle Details dann zu unserer Challenge, die gibt's dann nachher. Und jetzt würde ich sagen, jetzt... Okay. Gucken wir erstmal unsere Unterkunft an. Ja, man muss ja wissen, was man hat. Genau. Und werden erstmal... Werden erstmal ordentlich was phrasen, oder? Ja, Knast ohne Hände. Auf geht's. Keine... Keine Servolenkung hier drin in der Pfanne. Das ist doch irgendwie jemand. Ja, Mann. Wer soll es sein, oder was? Ja. Wie heißt es, wo? Wo? Wo genau? Ähm... Ja, das hier ist die Spitze. Was für eine Spitze? Vom Berg. Hä? Was für ein Berg? Den Berg da! Hahaha! Das ist doch wahnsinnig. Traust du dir das zu, Marcel? Dort... Dort hoch willst du? Ja. Oder wie? Was hast du denn dabei gedacht? Ja, das ist doch mal eine schöne Abwechslung. Oder denkst nicht? Ja... Ja... Ähm... Ja... Ja... Komm, das... Wie hast du dir das vorgestellt? Eine volle Latte hoch, oder was? Du als alter Städter kennst dich da natürlich nicht aus bei sowas, ne? Ja... Du kennst ja hier bloß seine... Deine Koksgeschäfte und so. Ja... Ja... Tja... Ohne Koks nix los! Ich... Stürmts zwar nicht, dass der Spruch so ging, aber... Okay... Ja, Marcel... Jetzt ist das Wetter schön. Ja... Jetzt ist es gut, ja... Du wirst dich bestärkt, motiviert... Und... Naja... Dann bleib ich mal ein in deine Pläne, ne? Ja... Steigen wir mal in unsere vier Räder ein. Und... Los geht's! Okay, Marcel, also... Wir müssen uns einen Weg suchen nach oben... Ja... Und alles, was er zählt, ist Power und Geschick. Aha... Puh... Naja... Ich hab mir schon ein bisschen eine Route ausgesucht. Wir können ja auch ein bisschen zusammenarbeiten. Wir können das ja... Ja... Es muss ja... Vorfahren... Ich lass dir ein bisschen Luft, dass der... Passiert... Ja... Aber... Es muss ja keinen Gewinner geben. Ich mach erstmal das erste Stückchen hoch... Ja... Und ich warte dann auf dich. Ja... Oder du auf mich... Und ich auf dich... Haha... Ich hab noch Seil mit, falls du Hilfe brauchst. Ach, das hast du auch mit? Ja... Ja... Falls du Hilfe brauchst... Was ich kurz zu sagen... Okay, ich brauch erstmal ein bisschen Anlauf. Ja... Bisschen Spaß mit sein. Und... Ja... Ja... Okay, weiter geht's. Okay, wo bist denn du, Marcel? Na ja, drüben seht's mich nicht. Äh... Ach, da oben bist du schon. Ja... Okay... Ja... Das ist ziemlich schwierig. Ich werd rutschen, ich werd irgendwie noch nass. Vom... Vom... Vom Morgentau, oder wie? Ja... Okay, jetzt mit voller Pulle. Und... Ah... Scheiße... Wenn du wirklich ganz langsam anfährst... Na ja... Na dann kommt irgendwann der Punkt, dann... Dreh deine Räder durch. Ja... Das ist ziemlich kompliziert. Vielleicht sollten wir's auch mal von der anderen Seite probieren. Ich glaub, von hier haben wir nicht viel Glück. Hier gibt's gar keine Differenzialsperre oder was zu grüßen. Die hier direkt verkürzt. Komm schon, Baby. Wie... Ah, hier hängt's. Ja, geht's nicht. Komm schon, Baby. Das klingt. Ja, geht's nicht hier. Ja, geht's nicht hier. Wir können's nicht nur beschaffen, bitte. Ich hab ja nicht, Junge. Ich hab ja nicht, Junge. Ja, das wird jetzt nicht mehr... ...horn überall. Ähm... ...ja... Ja ... ...ja... Ich denke mal, hier, das wird heute nix mehr. Es wird auch schon dunkel, oder? No? Ja, das wird nicht mehr. Es wird... ...ja, nicht. Äh... Ich würde vorschlagen, wir hauen uns ins... Unser Hotel. Ja, genau. Die Jungs in der Werkstatt machen derweil unser Auto wieder flott und morgen bei aller Frische probieren wir es dann mal von der anderen Seite. Ja, ja, mal zurück. Und... Genau. Erstmal was Mampfen, Alter. Ja, genau. Jetzt hat er nebengepasst. Oder einfach nicht. Na? Ja. Äh, reparieren. So. Okay, wo ist denn unser Hotel eigentlich? Äh... Was ist das? Das ist gleich hier bitte, oder? Das sind Tanksteller. Na noch? Ja, das ist doch... Das ist der Logo. Was ist das? Hier ist es. Ah! Was heißt PC? PC? Ja. Na, was heißt WC? Entschuldigung. Na ja Marcel, gute Nacht. Ja. Ja, guck mal, das ist lustig. Bei Darm steht Chicks. Ja. Und bei Männern... Cox. Ja. Nein. Ja, ich geh bei... Moin. Ich geh zu den Chicks. Moin, ja. Du kannst dir ja die Cox angucken. Ja. Ich geh mit dir. Das finde ich mit dir schon. Ja. Ja. Ich geh mit dir. Ja ja, aufstehen, mein Gott. Noch 5 Minuten, hm. Ah, aufstehen, hm. Ah, das war streng. Oh, oh, eins, zwei, drei, tausend, ich bin klar. Moin, Marin. Ja, moin. Und? Wie läuft's? Boah. Ja. Ja, das ist über. Boah, moin. Wie war deine Nacht hier drinnen? Hm, naja, die Betten könnten bequemer sein. Ein bisschen mit dem Rücken. Ah, mein Rücken. Aua. Ja. Hm, naja, gut, hm. Ja, der neue Morgen ist angebrochen. Der neue Morgen, der neue Versuch. Genau, so sieht's aus. Da müssen wir mal sehen, dass, vielleicht hat der Berg zwei Seiten. Das wird er vielleicht von hinten an die Saran gehen. Hm, von der anderen Seite des Berges, genau. Ja, naja, gut. Also, die Aufgabe ist noch klar. Äh, schwingen wir uns auf auf... 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 Und, äh, ich, ich, ich muss noch tanken. Und, äh, ich, ich muss noch tanken. Oh. Ja. Du, du bezahlst, ne? Na ja. Mit 23 rein. Hm, na ja. Ja, das geht mal gut. nur so wenn aber Snacks mit die vier und die drei und so ein Fuchsschwanz noch und so ein Feuerzeug und so und so das mit den Eiskratzer genau so mal gucken hast du alles ja also da fahren wir jetzt zu denen erst vorne weg ich brauche dir nachher noch hoffentlich hat das jemand gesehen aber nicht hier hier ist ein Tal ich glaube ich habe die Lände seien es aus Krasse weg wo bist du wo bist denn du so so da wärmer ja Ja, das sieht von der Seite schon mal ganz anders aus, ne? Das sieht von ganz anders aus. Wenn man da so guckt, links, ne, ohne Eichstierkreis am Anfang hier. Da oben, da oben. Da könnte man auch, da von dort und da. Man hätte auch noch die Wahl dort hinten, wo es ziemlich flach ist, nach oben. Ja, da könnte man ja durchziehen, zum Beispiel. Da müsste man noch mal nach hinten fahren. Aber, das wäre einfach. Das ist vielleicht sogar nicht. Das wäre einfach. Also probieren wir es erstmal hier. Ja. Okay. Wir probieren das hier. Dann auf. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Und, aha, und es ist mal wieder soweit für die halbe Handler. Okay. Ich fahre das geradeaus hinterher. Ja, ist schon mal gut. Hupala. Wir wollen Stein. Das muss nicht so weit vom Weg abkommen. Das ist ein Fassier lang. Ich habe das hier am Griff. Ich muss aufpassen, dass das hier an dem Stehen gerätzt. Ich brüchte da eine Vorderachse oder irgendwas. Da steht mir nach. Auch ein Ulf. Und jetzt geht es hier hoch. Okay. Super. Ja, das ist hier ja auch ein bisschen. Das ist auch ein bisschen. Ich glaube, das ist eher ein Wanderweg, oder? Ja, jetzt nicht mehr. Gleich müssen wir uns ja vorbeifleiten. So. Okay. Das ist ein wenig. Ja, das ist ein wenig. Wie ein Trampelfahrt. Aber es ist trotzdem schwierig. Aber es ist trotzdem schwierig. Naja. Man könnte ja jeden Moment zur Seite abrutschen und das war's. Und jetzt kommt. Jetzt kommt. Jetzt kommt der Hitler. Ja, kommt der Hitler. Ja, ja, verhitzt ja. So, hier. Ja, okay, das ist schwierig. Und hier musst du ja genau auf der Spur hinein. Ja, und volle Pulle. Ja. Und Vollkass, ja. Ah, guck dir mal die Aussicht an. Oh ja. Das hat sich doch schon mal gelohnt, oder? Ein wunderschönes Bild, ja. Okay, du zuerst. Okay. Und los geht's. Gas, Gas. Oh, das war knapp. Ich hab's geschafft, Marcel. Und immer noch Gas. Gleich weiter Gas, immer weiter. Oh, jetzt kommt. Jetzt wird's schwierig. Jetzt. Ich hab schon mal ein Problem. Okay. Aber ich bin noch gut. Und bis gleich, ja. Ja, aber das wird hier, das wird schwierig. Oh, fuck. Abwärts. Versuch, du, versuch dich zu halten, Marcel. Okay, wir sind noch mal ein Stück zurück. Ja. Ganz schnell. Oh. Oh. Nein. Nein. Nein.